hallo und herzlich willkommen jetzt kommt mein smoothie getränk komplett zu ende bearbeitet ich habe ja vorher die vorbereitung gemacht jetzt kommt die zubereitung und mein mixer steht schon da und jetzt bin ich mal gespannt wie es nachher schmecken wird also viel spaß und lasst ein like da tschüss so Das war's für heute. Die Kiwi-Stücke, die kommen jetzt in den Mixer. Die Kiwi-Stücke, die in den Mixer. Die Kiwi-Stücke. 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 Die Kiwi-Stücke.